Musik Jarrett, welche Digital Health Anwendungen gibt es und welche sind sinnvoll? Also geben tut es natürlich sehr, sehr viel. Das ist natürlich bedingt auch, dass wir viele jetzt Themen haben, die aus der Technologie in die Medizintechnik oder in die Gesundheitswirtschaft hineinkommen, sehr, sehr breites Feld. Was glaube ich, wo die Zukunft liegt, ist natürlich alles, was in Richtung digitale Therapien geht. Also alles, wo die Software an sich wirkt wie ein Medikament. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Feld, vor allem für europäische Unternehmen. Und das Zweite ist, ich glaube an automatische Datenerfassung. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, wo der Patient selbst dazu genötigt wird, Patienten manuell einzugeben. Das kann natürlich ein Workaround sein, aber richtig interessant wird es natürlich, wenn Sensorik mit ins Spiel kommt. Das heißt, wenn Daten automatisiert erfasst und analysiert werden und daraus Therapie- und Diagnoseempfehlungen in Richtung des Patienten generiert werden können. Wie wird in Deutschland die Gesundheitsversorgung durch M-Health denn verändert? Das ist ein klassisches Thema. Es gibt ja dieses Buzzword Patient Empowerment. Wir befähigen den Patienten, ein eigener Gesundheitsmanager zu werden, dass er Daten bekommt, dass er Daten versteht, dass er selbst so in die Lage gebracht wird, Entscheidungen zu treffen, was seine eigene Gesundheit angeht. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr positive Entwicklung ist für das Gesundheitssystem in Deutschland, aber auch weltweit. Welche gesundheitsökonomischen Potenziale bringen solche Anwendungen denn mit sich? Das haben wir gerade schon gesprochen. Also durch die Datenanalytik kriegen wir eine Versorgung, die individualisiert ist. Und das bedeutet, dass wir einen höheren Nutzen in Richtung des Individuums entwickeln und damit natürlich einen hohen medizinischen Outcome uns erhoffen können. Und ein höherer medizinischer oder ein besserer medizinischer Outcome hat natürlich Folgen für das Gesundheitssystem, weil wir es schaffen, effizienter zu sein, wir es schaffen, es Kosten zu reduzieren, aber wir es schaffen, es auch eine bessere medizinische Wirksamkeit. Also wir erhoffen uns zumindest, eine bessere medizinische Wirksamkeit zu entwickeln. Und das bedeutet, hoffentlich, die Patienten sind früher gesund, leben länger, können länger arbeiten. Das sind natürlich alles Faktoren, die einen positiven gesundheitsökonomischen Effekt haben werden. Das ist natürlich alles Faktoren, die eine bessere medizinische Wirksamkeit zu entwickeln. Das ist natürlich alles Faktoren, die eine bessere medizinische Wirksamkeit zu entwickeln. Das ist natürlich alles Faktoren, die eine bessere medizinische Wirksamkeit zu entwickeln.